Ja hallo, in diesem Video wollen wir die Formel von de Moivre beweisen. Das heißt diese Formel hier, die wir im vorigen Video kennengelernt haben. Gut, ich zeige euch zunächst einen sehr einfachen Beweis, aber ich werde euch danach erklären müssen, dass wir diesen Beweis nicht verwenden dürfen. Ja gut, aber machen wir erstmal den einfachen Beweis, weil den findet man in vielen Lehrbüchern. Und zwar geht der folgendermaßen, ich habe ja hier in der Eckingklammer eine komplexe Zahl, eine komplexe Zahl mit dem Betrag 1. Also normalerweise heißt eine komplexe Zahl Betrag z mal Cosinus phi plus plus i mal Sinus phi. So, und wenn jetzt der Betrag zufälligerweise gleich 1 ist, brauche ich den nicht hinschreiben. Und wenn ihr diesmal hier anguckt, dann entspricht das der eckigen Klammer. Das heißt in der eckigen Klammer steht nichts anderes als eine komplexe Zahl, die zufälligerweise den Betrag 1 hat. So, und deshalb kann ich diese komplexe Zahl auch umwandeln in die Exponentialform. Und dann heißt die e hoch i mal phi. Also diese Umwandlung, die kennt ihr schon. So, jetzt soll ja diese komplexe Zahl mit n potenziert werden. Das heißt, ich muss hier noch eine Klammer drumrum machen und hoch n da dran schreiben. So, jetzt haben wir ja hier die Potenz einer Potenz und aus dem Kurs Potenzrechnung wisst ihr, man potenziert eine Potenz, indem man einfach sämtliche Exponenten miteinander multipliziert. Also e hoch i mal phi mal n rechnet. Als nächstes benutzen wir hier oben im Exponenten das Assoziativgesetz der Multiplikation. Und das sagt, dass ich da oben irgendwo in diesem Produkt Klammern setzen darf. Und ich setze die Klammer im Exponenten mal folgendermaßen. Ich mache die Klammer hier hin. So, das sagt mir das Assoziativgesetz. Ja, und da erhalte ich nichts anderes als die Exponentialform einer komplexen Zahl plus der Winkel. Ich schreibe es mal hin. Der Winkel heißt jetzt phi mal n. Also normalerweise Exponentialform steht da e hoch i mal phi. Aber mein Winkel heißt jetzt nicht phi, sondern phi mal n. Das ist der einzigste Unterschied. So, wenn das aber nichts anderes als eine komplexe Zahl hier ist, dann kann ich die komplexe Zahl doch auch wieder zurück verwandeln in die trigonometrische Form. Also kann ich da hinschreiben, das ist gleich Cousinus. Und jetzt aufpassen, der Winkel heißt phi mal n und nicht nur einfach phi plus i mal sin. Minus. Und nochmal aufpassen, der Winkel heißt jetzt phi mal n und nicht nur phi. So, und schon ist der Beweis fertig. Denn das hier ist ja hier die rechte Seite, die ich beweisen wollte. Also ich habe hier umgewandelt in die Exponentialform. Ich schreibe mal hin, Umwandlung. In exp schreibe ich nur Exponentialform soll das heißen. Ich bin also in den Umweg über die Exponentialform gegangen, habe dann vereinfacht und habe dann wieder zurückverwandelt und habe das hier erhalten. So, die Frage ist, warum ist dieser Beweis nicht statthaft? Weil schön ist er ja, er geht ganz schnell. Ja, der ist für uns nicht statthaft, weil wir haben die Exponentialform zwar eingeführt, aber noch nicht bewiesen. Die beweist man ja, die Exponentialform führt man ein oder beweist sie mit Hilfe der Euler'schen Formel. Ja, Euler'sche Formel war e hoch i mal phi gleich Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Das war die Euler'sche Formel. Und da hatte ich euch schon gesagt, die wird bewiesen in der komplexen Reihenlehre. Ja, und das ist ganz spät im Studium. Das heißt, für viele Leute, die werden die niemals beweisen, weil die in der Funktionentheorie nicht so weit gehen. Mathematiker schon, aber Anwender nicht. Ja, und weil wir diese Euler'sche Formel nicht bewiesen haben, ja, und weil diese Euler'sche Formel aber für die Exponentialform notwendig ist, können wir die Exponentialform im Beweis nicht benutzen. Das heißt, wir müssen einen Beweis machen, der sich innerhalb der trigonometrischen Form abspielt. Wir dürfen nicht zwischendurch wechseln in die Exponentialform. Das wäre nur statthaft, wenn ich die Euler'sche Formel schon bewiesen habe. Gut, aber das habe ich, wie gesagt, nicht gemacht und deshalb wischen wir das jetzt mal hier alles weg. Das wäre zwar schön, geht aber nicht. Und wir benutzen stattdessen ein anderes Verfahren, und zwar die vollständige Induktion. Das Beweisverfahren vollständige Induktion besteht aus zwei Schritten. Der erste Schritt heißt Induktionsanfang. Und da muss ich zeigen, dass diese Formel hier für n gleich 1 gilt. Das heißt, ich muss hier, beziehungsweise hier und hier, für n die Zahl 1 einsetzen. Dann erhalte ich Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Ja, und wenn ich hier die Zahl 1 einsetze, dann kann ich mir da sparen, weil hoch 1 braucht man nicht extra dran schreiben. Und wenn ich hier und hier die Zahl 1 einsetze, erhalte ich Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Und da seht ihr, links und rechts steht genau das Gleiche. Das heißt, der erste Schritt, der Induktionsanfang, den habe ich bewiesen. Und deshalb kann ich das wieder wegwischen. Der zweite Teil des Beweisverfahrens ist der sogenannte Induktionsschritt. Und da nimmt man einfach an, dass die Formel für n gültig ist. Und dann beweist man, dass daraus folgt, dass die Formel auch für n plus 1 gültig ist. Das heißt, wir müssen beweisen, wir müssen beweisen, dass die Formel für n plus 1 gültig ist. Also, dass folgende Formel gültig ist. Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi und das Ganze jetzt nicht hoch n, sondern n plus 1. Und hier müssen wir auch n durch n plus 1 ersetzen. Also Cosinus n plus 1 mal Phi plus i mal Sinus n plus 1 mal Phi. Ja, also nochmal. Wir nehmen an, dass diese Formel für n gültig ist. Also, dass diese Formel hier gilt. Und wir müssen beweisen, dass sie dann auch für n plus 1 gültig ist. Also, wenn ich überall n hier, hier und hier durch n plus 1 ersetze. Ja, und wie beweisen wir diese Gleichung hier? Ganz einfach, wir nehmen die linke Seite der Gleichung und formen diese Seite so lange um, bis die rechte Seite der Gleichung entsteht. Und die erste Umformung ist die Anwendung folgendes Potenzgesetzes. a hoch n plus m ist gleich a hoch n mal a hoch m. Das wenden wir hier auf diesen Exponenten hier an. Wobei m in unserem Fall gleich der Zahl 1 ist. Gut, machen wir das mal. Dann erhalten wir also Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Und jetzt hoch n mal Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Gut, das haben wir also schon mal geschafft. Das können wir wieder wegwischen. Als nächstes formen wir diese Potenz hier um und zwar mit dieser Formel hier. Wir haben ja gesagt, die erste Gleichung nehmen wir an, dass sie wahr ist und beweisen müssen wir diese hier. Ja, und wenn man annimmt, dass die wahr ist, dann dürfen wir die natürlich auch benutzen, diese Formel. Und dieser Term entspricht dieser Formel und somit können wir diesen Term hier so schreiben. Ja, als Cosinus n mal Phi plus i mal Sinus n mal Phi. Gut, und den Term muss ich wieder dahinter schreiben. Also das erstmal hier in eckige Klammern. So, und mal Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Okay. So, jetzt werde ich diese Klammer hier und diese Klammer hier miteinander ausmultiplizieren. Das dauert etwas, da könnt ihr ja schon fast einen Kaffee trinken gehen. Also da habe ich das mal das, Cosinus n mal Phi mal Cosinus Phi plus Cosinus n mal Phi mal i mal Sinus Phi. dann haben wir plus i mal Sinus Phi mal, nee, stopp, n mal Phi, i mal Sinus n mal Phi, so, mal das hier, mal Cosinus Phi. Plus das mal Phi plus das mal das, also, da müssen wir aufpassen, da haben wir jetzt hier i Quadrat. i Quadrat mal das mal das, also Sinus von n mal Phi mal Sinus Phi. Okay, na, ich glieder das so ein bisschen, ich bringe da eine Gliederung rein. Das ist ein Summand, das ist ein Summand, das ist ein Summand und das ist ein Summand. So kann man das, glaube ich, etwas besser sehen. So, und hier habe ich i Quadrat stehen und i Quadrat ist minus 1, das heißt, ich mache hier ein Minus hin. Das sieht dann schon mal besser aus. Okay, ich habe also vier Summanden, 1, 2, 3 und 4. So, und jetzt kommen wir zur entscheidenden Stelle. Ich habe, wie gesagt, vier Summanden, 1, 2, 3 und 4. Und der erste und der vierte Summand bilden zusammen das Additionstheorem für den Cosinus. Das kennen wir aus der Trigonometrie, das habe ich in einem anderen Video bewiesen. Und wenn ich aus dem zweiten und dritten Summanden das i ausklammer, das ist hier und hier nochmal, das muss ich ausklammern, und das, was übrig bleibt, bildet dann ein anderes Additionstheorem, und zwar das Additionstheorem für den Sinus. Und auch dieses habe ich bewiesen in einem anderen Video. Gut, dann machen wir das mal. Also, erster und letzter Summand bilden zusammen das Additionstheorem für den Cosinus einer Summe. Und da erhalte ich dann eben Cosinus n mal phi plus phi. Ja, also einfach nur formal das Additionstheorem für den Cosinus anwenden. Und schon habe ich ersten und vierten Summand so kompakt hier zusammengefasst. Gut, hier und hier, zweiter und dritter Summand, wie gesagt, da muss ich das i ausklammern. Und das, was übrig bleibt, bildet das Additionstheorem für den Sinus, für den Sinus einer Summe. Und da erhalte ich Sinus n mal phi, das ist der erste Winkel, plus den zweiten Winkel. Der zweite Winkel heißt hier phi. So, und jetzt muss ich nur noch etwas machen. Ich muss hier phi ausklammern. Dann erhalte ich Cosinus n plus 1 mal phi. Und hier natürlich auch, hier muss ich auch aus dieser Summe phi ausklammern. Dann erhalte ich Sinus n plus 1 mal phi. So, und damit ist der Beweis zu Ende. Denn wenn wir mal gucken, wir haben genau hier das gleiche stehen wie die rechte Seite. Also nochmal, das hier hatten wir als gegeben vorausgesetzt. Diese Zeile hier wollten wir beweisen. Also wir wollten die linke Seite so umformen, dass die rechte Seite entsteht. Und das haben wir geschafft. Weil das hier ist hier gleich dem hier. So, so sieht man es, glaube ich, besser. Ja, im nächsten Video werde ich dann die Formel nochmal beweisen. Allerdings dann für negative Exponenten. Das ist aber ganz einfach. Da braucht man auch wieder nur ein paar Formeln. Und dann werden wir noch beweisen müssen, dass diese Formel auch für gebrochene Exponenten gilt. Also für Bruchzahlen. Das müssen wir machen, weil wir später ja auch Wurzeln, die Wurzel aus einer komplexen Zahl ziehen wollen. Gut, damit sind wir aber erstmal mit dem Beweis am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.